Kubik kommt von hoch 3. Kubische Funktionen sind eigentlich relativ einfach zu zeichnen. Erinnern wir uns nochmal daran, dass eine normale f von x gleich x hoch 3 Funktion auf jeden Fall vom dritten Quadranten durch den Ursprung in diese Richtung verläuft. x und y jetzt ohne Werte. Dann kann man sagen, dass wenn ich eine f von x gleich a x hoch 3 plus b x Quadrat plus c x plus d Funktion habe, dass die, und jetzt kommen die verrücktesten Sachen, wenn ich hier ein Minus drin habe zum Beispiel und vor dem x Quadrat irgendwas Negatives stehen habe, dann kann das durchaus sowas bedeuten. Also wenn ich hier ein Minus 5x Quadrat zum Beispiel drin stehen hätte und der Rest davor, der ist relativ glatt, dann heißt das, dass im Bereich kleiner Zahlen mir hier ein Höcker entsteht. Also, dass ich dann durchaus so einen Verlauf hätte. Ansonsten wieder angenähert an die übliche x hoch 3 Funktion. Das wäre nicht das Problem. Wenn ich hier hinten ein d stehen habe, das d, jetzt mache ich es in lila, wenn ich ein Plus oder, nehmen wir mal jetzt ein Minus d stehen habe, heißt das, der Schnittpunkt mit der y-Achse ist verschoben. Ansonsten bleiben wir mal bei der hellblauen Funktion, hätte ich so einen ähnlichen Verlauf, also in der Richtung. Einfach bloß daran denken, das sind Dinge, die passieren. Aber ich kann das jetzt nicht sagen, ob Höcker, ob nicht Höcker, ob, 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 ob. Das kann man alles nicht vorher sagen. In diesem Fall sollten wir dann entweder mittels Ableitung irgendwelche Extrema bestimmen und so weiter. Das wissen wir aber alles schon. Also wenn wir das dann schon zeichnen müssen. Wir brauchen diese ganze Übung aber, um mal ein bisschen zu verallgemeinern. Ich bleibe mal bei der kubischen Funktion und nehme mal dieses Beispiel. f von x sei mx plus n, also eine lineare Funktion. Hier ist n meinetwegen und das Ding läuft hier so durch. Die geht auch vom dritten in den ersten Quadranten. Habe ich eine negative, verläuft so entsprechend, ich mache es mal hellgrün, also bei negativen Anstieg, negatives m, habe ich irgendwas so laufen. Irgendwie vom vierten in den zweiten Quadranten. Gucken wir uns hier oben nochmal die Funktionen an. Ne, die muss ich jetzt, oh, oh, oh. Ja, habe ich eine negative Funktion, dann kann das durchaus sein, dass die so verläuft. Geht euch ein Licht drauf? Genauso ein Gleichnis gibt es zu den quadratischen Funktionen. Ich habe hier eine Parabel, die ist in diesem Fall nach unten geöffnet. Ob die x², x hoch 4, x hoch 6 oder sonst was heißt, das ändert sich dann lediglich, nehmen wir mal eine f von x sei minus x hoch 4. Dann läuft die im Wesentlichen ähnlich, aber ist hier in diesem Bereich etwas gestauchter, hier in kleinen Werten. Ist auch logisch, wenn ich 0,1 mal 0,1 nehme, kann ich nicht erwarten, dass viel an y-Wert rauskommt. Also das wäre in diesem Fall, negativ heißt, die Parabel ist nach unten geöffnet, positiv nach oben geöffnet. Hat sie einen geraden Exponenten, 4, 6, 8, 2, dann bleibt das im Wesentlichen eine Art Parabel. Ist eine Funktion mit einem ungeraden Exponenten versehen, denn hier steht eigentlich ein x hoch 1. Dann verläuft sie vom dritten, grundsätzlich, vom dritten in den ersten Quadranten. Es sei denn, es steht wieder ein Minus als m davor, dann verläuft sie entsprechend andersrum. Das gilt auch der x hoch 3, x hoch 5, x hoch 7 und so weiter Funktionen so. Das bis dahin, also da sollten wir uns immer dran gewöhnen. Wenn wir aber uns jetzt nicht die Mühe machen wollen, bei solchen, gerade bei solchen, die eventuell irgendwelche Höcker drin haben könnten, weil sie sich nämlich durch mehrere Glieder hier zusammensetzen, das kann mir auch bei den quadratischen und ähnlichen so gehen, dann sollte man sich eine kleine Wertetabelle basteln. Und mit der kleinen Wertetabelle kann man dann entsprechend was machen. Ich möchte noch mal grundsätzlich dran erinnern, oh, grundsätzlich dran erinnern, an das Wort zum Skizzieren, wenn man mal zu Hause nicht weiterkommt. Wolfram Alpha, Wolfram Alpha. Dieses Wort bei Google eingegeben lässt uns eine mathematische Rechenmaschine erscheinen, die uns alles mögliche über Ableitungen oder, 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 oder liefert. Selbst komplizierteste Lösungsformeln, wir wissen ja, eine PQ-Formel ist die typische für quadratische Gleichung. Und bei, schon bei einer kubischen Gleichung, dann explodiert so eine Gleichung so ungefähr nach zwei Zeilen lang. Gut, das nochmal als Zusammenfassung des bisherigen. Das waren also rationale Funktionen, die nicht gebrochen waren, wo kein Bruch drin stand. Kommen wir mal zu ein bisschen, scheinbar ein bisschen schwierigeren. Und zwar zum Fall, was hatte ich hier, drittens, jetzt schreibe ich auch viertens. Und zwar gebrochen, rationale Funktionen.